Ganz bald fast, gell? Sollen wir da nicht stehen bleiben? Na gut, der Wind, der ist lahm oder? Ja, das ist schon doof. Wo ist die Wind? Ah. Wie lange geht denn so eine Prüfung? Muss sie da zulegen oder macht sie einfach so schneller? Einmal auch gerutscht, beim Bremschen, beim Stollen reinmachen, wenn man auch keine Kopfnummer hat. Die sind stabil. Es fehlt nur noch so eine blaue Unterbodenbeleuchtung. Da kommt der Kack nach unten. Ungewohnt. Zurück. Was? Was? Wie viele Minuten geht denn diese Prüfung? Jetzt läuft sie drei Minuten. Auch noch. Schlimm. Jetzt gibt's wieder Gas. Was? Krass. Brrrr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war ein Idiot Fährt sie jetzt endlich durch die blöden Wüdchen Fünf Minuten dreißig. Wie viele Hüchen sind das? Wie viele Hüchen? Müsste es ja gleich haben. Da oben ist ganz schön windig. Ich sollte mal galoppieren. Dann ist es schneller fertig. Stimmt, da war was. Hopp, grüßen. Wie beim Springen geht auch ein Galopp. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.